Wie ist so viel mehr als vergorene Trauben, abgefüllt in Flaschen? Wie ist ein faszinierendes Naturprodukt im steten Wandel? Trauben reifen in einem Tank oder in einem Fass zum einzigartigen Getränk voll Aroma und Geschmack. Ein Rezept für den perfekten Wein gibt es aber nicht. Jedes Jahr ist wieder anders. Vom Austritt bis zur Ernte bestimmt die Natur auf aussergewöhnliche Art und Weise der Charakter des Wein. Jede Entscheidung, jeder Schritt beeinflusst, wie der Wein am Ende aussieht und wie er schmeckt. Die Vielfalt, die daraus entsteht, ist einfach wunderbar. Wein, das ist ein Wunder vor Vielfalt und vor Einzigartigkeit.